Ich habe es nochmal angeguckt und ich glaube, das war ein Riesenfest, nicht nur für mich, sondern für viele. Das war ein Riesenfest, nicht nur für mich, sondern für mich. Das war ein Riesenfest, nicht nur für mich. Das war ein Riesenfest, nicht nur für mich. Das war ein Riesenfest, nicht nur für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020